ok wo sind wir denn jetzt hier ich weiß es gar nicht wo sind wir also willkommen zurück was muss man machen wir können jetzt durch die gang gegen das laufen aber bitte noch mal von hier kamen wir hier gespeichert das haben wir hier links oder rechts geht es ja bald irgendwo durch ne doch nicht ok dann geht es hier lang jetzt durch wo müssen wir lang wo wir haben aber wir müssen wir haben ja wir haben die draht schneider wo war das nochmal tor mit hand schön ist erledigt was heißt das kabel kabel bei der 5 müssen wir raus das heißt ne warte ok wir müssen hoch hier hoch dann hier ja wenn das das kabel ist die sind dort ich hoffe kommt auch nichts Das Spiel ist so düster, ne? Oh, hier war der Schlitz. Oh nein. Stimmt ja. Der ist ja hier. Oh, ich bin weg. Oh, ich bin weg. Alter, lass mich in Ruhe. Hey. Tschüssi. Keine Ahnung was sich doch verfolgt hat. Irgendwas. Aber stopp nicht das riesen Vieh. So jetzt sind wir hier. Das hat mich gejagt. Kann mich trotzdem erschrocken, Alter. Mit dem Sound, ja? Halleluja, Alter. Was ist das für... Ich bin auch immer so geschiss da, ne? Da und da. Da springt immer irgendwo rein. Irgendwensche schwarzen Löscher springt da rein. Juck dem nicht. Klar wir haben keine andere Wahl, aber... Hätte sich mal anders überlegen sollen. Ach. Ach. Ich weiß, das ist die düster. Wo ist denn denn? Wieso überlebt der denn den Sturz immer? Ach. Mhm. Ach. Die sind immer noch da. Ich verstehe nicht. Was ich jetzt machen muss. Ich verstehe nicht. Was ich jetzt machen muss. Das ist ja jetzt an der Wand. Die sind jetzt wieder raus. Haben jetzt aber nichts mitgenommen. Die haben alles erledigt. Überall sind die Haken. Äh. Ja. Tormentanschen. Das haben wir. Das haben wir. Ich muss mal zu Maria hier gehen. Maria. Die sind immer noch. Ich weiß nicht was gemacht werden muss. Wir haben nichts bekommen. Im Endeffekt. Was war das hier? Was war das hier? Hier waren wir noch gar nicht. Okay. Okay. Kann ich nicht hier mal runter? Naja. Das ist scheinbar nix. Das war fünf die Items. Oder was? Da war man gerade drin. Ich muss mal. Ich hab kommen durcheinander. Komm mal hier rein. Ja. Ich muss gerade mal kurz gucken was. Oder wo. Ob ich richtig bin. Wo ich genau hin muss. Ist mir gerade ein bisschen. Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ja. Oder wo ich richtig bin. War mir hier schon. War mir hier schon. Ich könnte es real indicate. War mir sicher. War mir nicht wirklich. War mir nicht mehr 셋. War mir einfach so. War mir noch nicht. hier das spiel ist so dunkel ne ah ich hier schon noch nicht das ist neu ok das ist ein ganz neuer bereich was geschieht hier was war das? querkugeln? ok das ist aus dem gameboy alter hey irgendwas hat hier die umgebracht ach hier kommt man da zu ich denke gar nicht ob es ein secret oder so aber es wäre aber auch unmöglich von der wende her es gibt wieder irgendwas munition was ist das es wird mal leichter wenn man da nicht durch kann dass man einen linearen weg geht schocker ja 1 8 9 10 10 11 10 19 18 20 das ist alles nicht echt, das ist alles nicht echt das ist alles nicht ich hab dich dann ist er dahinter die versteckten sich das ist unfassbar null gesehen von den anderen seiten hier in dem spiel kann man auch munition sparen hier kannst du wenigstens aus hemmte mit der keule so die tür schnappen wo sind wir denn jetzt hier warum ist das so warum ist das so zeig mal karte sieht aber sehr crazy aus dass die map design linealen weg und nein sagen wir nicht ein neues viel kommt jetzt wieder ich weiß gar nicht mehr was erledigt ich bin ein schilder ich bin ein schilder Was ist das? Owa! Ich bin in die Nose. Aua Was ist das Alter? Was ist das? Monsion lecki Brauch ich jetzt nicht unbedingt Gut Alles sehr damit Hallo Gut Ich wusste gar nicht, wenn die töten kann Checkpoint Da kommt jetzt was großes oder? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh die gehen mit Wichter, Wecker, 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 Wecker Hey, warum sind wir jetzt aber bei ihr? Ich verstehe gar nichts, die ist zuerst tot, haben wir gesehen, dann lebt die wieder und jetzt liegt die da tot. Amen. Aber ist das jetzt neu, dass der Stopping hat? Oder hat der vorher auch schon Stopping gehabt, ich weiß es gar nicht mehr. Das wäre ein krasses Detail, wenn die das immer so machen. Manchmal kam gerade etwas mit Aufnahmen gespeichert, ich gucke mal, ob das... Ich beende mal die Aufnahme. Manuel. Nö, die Aufnahme wurde nicht abgebrochen. Ja, okay. Ich höre immer diese... Hey. Oh, das ist ein Schwer von dem Typen, oder? Meinst du, damit kann man jetzt halt durchgehen? Oh. Okay, die Idee ist nice. Ich kann deinen speichern. Ich kann nur gerade... Also, sehr unhandlich, im Schwert. Wird keinen speichern. Das ist... Das ist... Das scheint so schwer zu sein. Scheiße, ich sitze fest. Der wird noch Angst vor diesem Schmerz. Das ist interessant. Okay, ich kann es abreden, hallo. Ich verstehe es nicht, warum ist sie wieder gestorben, ich verstehe es nicht. Kann sie sich nicht entscheiden, oder hey? Warum ist sie auf einmal tot, dann ist sie lebend nicht. Also klar, der erste Tod ist nachvollziehbar, aber danach, wenn sie wieder lebt, dann ist sie wieder tot, oder hat sich das eingebildet, dass sie noch lebte. Kann man speichern, oh nein. Wieso, weil ich nur trank eine letzte Flasche Bier, bevor er hier, ich... Ne, meine, die geht mir, haben wir auf den Sack hier, mit Aufnahme gespeichert, was ist das denn für ein Kack? Ich sehe es, glaube ich, nicht. Das geht mir ganz klar auf den Sack. Verräterin. Verräterin. Speichern wir. Labyrinth. Das gab. Zemrhein. James Sanderland. ich bin ja ins graf bei der hilfe erstreckt der bohens parkettboden hier ne? dieses typische alte parkettboden hier unten. ich glaube der hatte mal jeder im haushalt gehabt hier zum beispiel haben die das echt gut gemacht das ist alles man sieht ja ganz man sieht nur 22 meter vor sich. mehr sieht man hier nicht. da ist es so dunkel ist da ist schon ein bisschen blut das ist so schön ich kann nicht so gut gehen, nicht wahr? du musst mich nur nachher 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 wie viele malen tue ich dich verletze? okay das ist wieder so schön eddy 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 es ist mir oh hi james Okay, ich glaube der ist, also wahrscheinlich wurde er halt gemobbt, ne und hat dann auch sowas von anderen gehört. Ich glaube, der dreht auch ein bisschen durch. Ich glaube nicht, dass wir kämpfen Ja, no, no. Und ein Körpers kann nicht lachen! Eddie. Was ist das? Wollen Sie mit mir ein bisschen mehr reden? Wollen Sie mich relaxieren? Du bist wie die resten, James. Nein, ich will nicht. Halt! Du denkst, dass ich dumm bin. Du denkst, dass ich es nicht sehen kann. Aber du hast mich lachen. Seitdem wir uns erst kennengelernt haben. Aber du bist jetzt nicht lachen, bist du? Du brauchst Hilfe, Eddie. Keine Ahnung auf mich, James. Diese Stadt hat dich auch gehört. Du und ich sind das gleiche. Wir sind nicht wie andere Menschen. Wollen Sie das nicht? Wollen Sie das wissen? Well... Du bist jetzt überrascht. Oh nein... Oh nein...